Die Tube in Düsseldorf ist die weltweit bedeutendste Messe der Stahlraubranche. Da sind wir vom Salzgitterkonzern, besonders mit der Marke Mannesmann, natürlich mit einem großen Stand mit dabei. Der Gemeinschaftsstand setzt sich zusammen aus produzierenden Gesellschaften, dem Salzgitter Mannesmann Handel. Insgesamt vertreten sind Mannesmann Precision Tubes, Mannesmann Linepipe, Mannesmann Großrohr, Salzgitter Mannesmann Handel und das Robigewerk von Salzgitter Mannesmann Groblech. In diesem Jahr ist das Thema Transformation bei uns voll im Fokus. Wir zeigen hier, wie bedeutsam die Beiträge unserer Gesellschaften sind für die laufende Transformation der ganzen Branche und Industrie. Eigene Referenzen, laufende Projekte, viele abgeschlossene Projekte, Produkte, neue Innovationen, aber auch neue Entwicklungen im Bereich Grünstahl, Verrohrung, Handel mit grünem Stahl. Das zeigen wir alles hier in unserer Präsentation und das ist auch das Gesprächsthema hier vor Ort. Die Tube ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, an einem Standort, an einem Standort als international agierendes Unternehmen, Kunden, auch internationale Kunden und Partner innerhalb dieser fünf Tage gemeinsam hier zu begrüßen und sich auszutauschen. Auch Themen anzusprechen, die vielleicht innerhalb des Tagesablaufes auch liegen bleiben und das auch gepaart mit einer Atmosphäre, wie die sie hier isst, auch mal mit einem Bier und begleitet miteinander einen leckeren Currywurst. Daher glaube ich, passt sich das schon relativ gut, dass wir hier internationales Publikum als internationales Unternehmen hier begrüßen dürfen. Das Highlight bei uns im Unternehmen sind aktuell die Rohre für die Energiewende. Das sind die Rohre für den Transport von Wasserstoff, Ammoniak und CO2. Hier steht eine Branche komplett in den Startlöchern. Es waren heute schon zwei Kunden hier, die fragen, wann es losgehen kann, wie die Kapazitäten sind. Es liegt hier noch einiges an der Genehmigung und an den Förderungen, aber die ganze Branche ist in den Startlöchern und wir sind bereit. Salzgitter Mannesmann Grobblech am Gemeinschaftsstand von Mannesmann das Rohr und wir freuen uns auf Kontakte mit unseren Kunden. Wir bieten ihnen induktiv gebogene Rohre an aus den tollen Rohren, die wir bei uns im Konzern fertigen. Wir betrachten uns im Rahmen der Transformation als Enabler for Transformation. Das heißt, wir sind die Steigbügelhalter für unsere Werke, um an der Transformation teilzunehmen. Wir verkaufen die Produkte unserer Werke in die Welt. Wir platzieren die Qualitäten und die Anforderungen an unsere Kunden von unseren Werken. Und ich glaube, wir haben hier ein sehr schlüssiges Konzept im Salzgitter Konzern, dass wir die Rädchen sehr gut ineinander greifen können. Wir haben schon hervorragende Gespräche geführt. Wir tauschen uns hier aus über Märkte und Produkte, Produkte und Entwicklungen, die schon gelaufen sind. Und auch das, was in der Zukunft noch bevorsteht. Wir haben maßgeschneiderte Lösungen für alle Bereiche von Automotive über Industrie bis Energie und freuen uns auch weiterhin gute Gespräche führen zu können, um die Zukunft mit ihnen gemeinsam gestalten zu können. Wir haben uns hier ausprobiert, um die Zukunft zu verhindern, um die Zukunft zu verhindern, um die Zukunft zu verhindern.